Das ist für mich ja das schönste Geschenk. Ah, alles Gute zum Geb... Na, Leonie hat mir seit drei Tagen Erinnerungszettel... Ah! Warte, warte, warte! Komm, siehe! Die Rächer! Mach sie mal los! Warum nicht? Der Bartl ist dabei, eine riesen Dummheit zu begehen. Das macht er doch eh immer! Also, bei mir hat's dich nie interessiert, ob ich vielleicht besonders sicher bin. Oh, egal, vergesst es... Ah, egal, vergesst es...